Ich bin insane. Meine Edits sind clean. Ich war auch die ganze Zeit vor dem Training. Ihr seid 17 Uhr wieder mit Fortnite trainieren. Wenn wir zu viert FNCS anmelden. Jungs, ich hab den Amar-Split, okay? Ja? Wo landen wir? Aber nicht jetzt... Nein, Amar. Ich will Gegner finden. Ja, das ist gut, das ist gut. Du kriegst Gegner. Vertrau. Amar, warte ab, wie abfuckend es ist, zu farmen. Und hier ist das so gut. Boah, nein. In public. Es ist so schlimm. Okay, Chat. Ja, jetzt müssen wir beten. 1, 2, 3, Fokus. Der Vertrag ist fast... Also, ne? Die Tinte ist noch feucht. Wenn du jetzt 20 Kills machst, dann kriegst du den Vertrag mit 40k. Ihr habt's gehört, das ist der Handshake. So, alle Streamsniper mal an die Reiche stellen, bitte. Alle mal an die Reiche stellen. Ich bin ne flache Plunder. Ich bin auch verflacht. Was heißt das? Ich dropp hier. Split. Oh, wir werden doch hier Split. Da ist jemand mit uns. Wir werden contested. Ich hab' ne Idee. Wir sind contested. Wir haben einige wichtige Kriegsmittel im Flachraum zurückgelassen. Die wollen wir mit einer Rakete aufspüren. Ich hab' den. Nice. Next one. I got him, I got him, I got him. Next one. Wir können mir schon denken, wer dieser jemand ist. Agent K labert mich komplett voll, ich kann nichts hören. Mösch, mösch, mösch. Wie ist der Ton? Was ist das für ne Scheiße? Du musst auf die Southfront, aber. Einer ist halt nicht mehr. 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 Ich muss jetzt irgendwie das Waffenarsenal spionieren oder so ne Scheiße. Oh mein Gott, wie wenig Metz bekommt man denn hier? Alles rüber kommt zu euch? Ja. Alles bodenlos. Ich hab' das erste Audiolog schon gefunden. Nice. Richtig mal. Richtig. Ist das competitive? Ich hab' nen Störsender zerstört. Alter, nice. Let's go. Nice. Ich hab' ähm. Teamcapped. Teamcapped. Ich hab' äh. Sauftränke. Die Splash. Ich hab' ne Sniper. Wir haben praktisch gewonnen. Sauftränke. Sauftränke. Nice. Die Packungen für das Team. Teampackungen. Und wenn jemand Gegner gibt, nicht sagen, oh hier ist einer. Markieren, markieren. Ne, schreibt's in Chat. Wir haben praktisch gewonnen. Bitte mal den ersten Clip holen. Schreib ihn dir auf. Warte mal, hast du gesniped? Oder ich hab' ihm einen Snipe gegeben, gewechselt auf meiner Pistole und direkt einen Kill gemacht. Du weißt, glaub' ich nicht, mit wem du hier redest. Was? Äh, Max? Warte mal ganz kurz, jemand schießt auf mich. Warte, ich helf' dir mal. Mein Wannabe-Gerät schlägt überaus gerade, what the fuck. Eli, von wo? Ich weiß nicht, du konntest nicht zuordnen. Eli, ich brauch' die Callouts. Ich hab' Mini-Shake-Getränke. Ich hab' auch genug. Du solltest dich auf jeden Fall mitnehmen, Max. Ich hab' Minis für dich, Max. Ich seh' Feinde, ich seh' Feinde. Hier, markieren. Feinde, Feinde. Ich hab' ne neue Frisur. Markiert. Ein Sniper. Krieg von mir so einen in die Fresse. Oh, Max, ja, gönn hier, komm. Jungs, ey, umdrehen. Sauber, danke. Haben wir gestrünnt. Umdrehen. Alter, Eli ist aber auch heiß geworden, bisschen. Warte mal ganz kurz, ich hab' ihn ne Idee. Er kriegt ein Rüchter von mir. Alles auf einem Kampf im Besiktas bei mir. Ich kann ihn riechen. Ich brauch' mehr, ich brauch' mehr Pings. Ich hab' keine Ahnung, wo irgendwas abgeht. Oh, ne Markierung. Ist der Nerva vor uns, glaub' ich. Keine Ahnung. Er ist hier irgendwo. Ich bin auf meinen Knien unterwegs. Ich kann ihn riechen. Warum riech' ich da so viele Leute? Komm' mal auf zu riechen, bitte. Lass' mal normal spielen. Der ist hier irgendwo. Der ist hier überhaupt nicht. Der ist hier überhaupt nicht. Der ist hier irgendwo, Chat. In den Rückenmark rein. Stinkt der das? Also hier ist ja mal so heftig gar keiner. Hier ist echt fucking gar nicht. Oh, ich hab' ein Snap abbekommen. N-E, N-E, N-E. Kriegt einer in die Fresse? N-O ist das? Ich glaub' da. Äh, N-E ist N-O. Ich glaub' Englisch. Äh, der läuft dort. Der baut Jungs. Der ist krass, der ist krass. Hier ist ein Wildschwein bei mir. Nein. Äh, ein Wildschwein auch bei mir? 90er Sniper-Hit trifft. Ich hab' ihn gesniped. Der hat 90er-Hit drin. Der ist off-white. Der ist off-white. Wo ist der Mann? Oh. Hab' ihn. Er ist tot. Wichtig. Einfach gesniped, Alter. Er soll halt so ein Spiel lernen. Wir sind eine Kalle, Maggi. Gut gespielt, deutlich. Ich brauche einen Glue. Wir gehen in den Job. Äh, wir sind... Warte mal ganz kurz. Alter, wir haben... Drei-Kassen-Spiel hier. Ja, die Lobby ist ass. Lass mich neue Lobby suchen. Die sind zu bad. Hier, Eli. Nimm mal hier diesen Jiggle Juice. Jiggle Juice. Hey, Chad, sieht das komisch aus bei mir in meinem Gameplay? Also die Farben und so? Das nicht unbedingt, aber deine Edits. Hahaha. Ja, ja, ja. Dein Holz. Warum? Hier. Sidney, komm mal kurz mal in den Stream. Ist da irgendwas faul? Digga, Sidney, du bist so ein Knecht. Vielleicht, dass ich da mit dem Huhn... Ist hier irgendwas braun mit meinem Holz? Nein. Achso, weil du Mobile Builds hast, glaube ich. Oh, Smart. Ah, das ist gestern eingestellt. Richtig. Mehr FPS. Mehr FPS, Chad. Ich hab' mehr FPS. Mehr Leistung. Mehr Leistung. Mit DCFPS spielt ihr die ganze Zeit? Ich hab' 160. 160. 42. Was ist das für ein Geräusch? Hier ist ein BG, Eli. Jungs, wir müssen jetzt rein rotieren, ja? Ja, ich hab' auch noch... Ich hab' auch noch'n... Ich hab' auch noch'n Pad. Ja, was ist das hier? Sidney ist der IGL gerade, Jungs. Oh, hier ist ne Turbo-Kiste, die brauch' ich. Das ist so'ne seltene Kiste, weißt du? Max, du schlips da noch. Ja, goldene Shotgun. Nee. Aber du schlips da noch zu. Die ist oben. Jungs, ich kann uns auch padden, von hier oben. Würde ich fühlen. Äh, Sidney, komm' nochmal kurz hoch. Ich hab' Amar gepinkt. Nice. Gut, der Ping, mach weiter so. Ich hab' Bock, Amar zu Spliffen gerade. Hier, Jungs, hier. Auf dem harten Marker. Ich brauche nochmal markiert. Hartmark. Oh, unter uns sind welche? Hier. Oh, die sind sweaty. Aber die müssen wir holen, da tatsächlich. Das ist ein komplettes Vierer-Squad. Wo sind sie? Mach mich. Markierungen? Ich geh' vor, die dann lass' die holen. Lass' die holen. Die fighten mich schon komplett. Das schaffst du. Amar, rette dich. Ich lande hinter ihn und schieß' ihn in seinen Rückenmark rein. Eine hab' ich gekonnt. Ich hab' den 1-50. Sid, der ist unter Bedrängnis. Ach, scheiße, warte mal, ich bin ja gar nicht in der Zone. 36er Hit. 36er. Warte mal, der hat Spider-Man-Arme. Der Typ war Spider-Man-Arme. Hab' einen, ich hab' einen insane geil geholt. Ich hab' einen gedownt, das war cool. Ich bin tot. Fuck, einer ist bei mir. Fuck, einer ist bei mir. Nein, ich hab' den nicht gesehen. Hä, der hat das ja... Meine sind die besten. Digger. Ich hab' den einfach nicht angeschaut. Sind in die Karten. Sind in die Karten. Einfach einfach mal ein bisschen. Einseitig. Einseitig. Da ist ein Gegner noch. Da ist noch einer. Ich hab' den gar nicht gesehen, Digger. Ich auch nicht. Das ist ja scheiße. Mehr fest. Nein, Sid, nee. Ist der tot? Nimm mal weiter so. War der tot? Ja, zwei sind Abgeordnete in die Zone. Ich hatte einen noch gedown. Ich hab' das Wettkid mit für die Nates. I said. Brauchst du mir nicht sagen. Ich bin Agel. Holt die Marken. Holt die Karten, bitte. Ich kann nicht mehr so lange so gut spielen. Vierte Zone. Zweitbester Spieler Deutschlands, Shit. Man denkt, du schaust in den Chat. Nein, nein, nein. Ich hab' übel gerockt. Rechts von dir. Oben drauf, oder? Poppt ihr jetzt schon mal Medi, oder? Ja, natürlich. Da vorne schlachten Wölfe in Wildschwein. Sauber. Danke. Das Auto geht nicht, Sid. Schafft es, Sid? Schafft es, Sid? Ja, ja. Ja, ja. Da hast du auch noch einen Medi, ne? Guck mal, Maximilian. Ja? Du kannst direkt vor dir rebooten. Mach ich, das ist unterwegs. Mach mal jetzt schon. Mach ich. Warte mal, ey Jungs, ich muss mal mein Headset neu laden. Mach dein Headset neu. Lad mal neu. Ich hab leider keine Kollegen, mit denen ich zaufe. Fuck, Spiderman ist hier. Spiderman ist hier. Spiderman. Warte mal, ich hab nen Cast vergessen, oder? Er rebooted, er rebooted. Ich hab ihn. Alter, war das ein Sweater, let's go. Cover me, cover me. Ich hab das Bild-Battle gewonnen. Hallo? Ja. Ich komm rein, ne? Ich werd eingewechselt. Cover me, cover me. Ich bin die ganze Zeit im Regen. Lass liegen den Scheiß, Max. Lass liegen den Scheiß. Lass liegen den Scheiß. Bin drin. Habt einen liegen gelassen, alles. Außer einen. Ich hab nichts liegen gelassen, Max. Ich hab alles liegen gelassen. Hälfte Mats und Muni droppen. Da ist ne Kiste. Nein, nein. Eine Kiste. Warte, hier, 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 hier. Zwei Jumppads liegen. Haha. Das ist big. 400 Stein liegt. 400 Stein liegt. Okay, okay, okay. Wieso schrei ich so? Ey, warte mal. Wir sind stiller. Wir sind schon so. Wir sind aus der Hüfte schießen, ne? Warte mal. Hast du mitgenommen, Mama? Hast du mit? Hab ich. Aber was ist das hier? Ich kann hier schwingen? Ja, das ist das Spiderman-Dings. Loil. Das hat... Kann man aufbiegen, oder was? Ja, ja. Goldene Handschuhe sind das. Kannst du so Peter Parker-mäßig Stunts machen. Das ist der MJ retten. Aufgrund der ist. Goldene MK, chillig. Hier ist ein Huhn. Tötet das schnell. Da könnt ihr jetzt essen. Keule liegt. Keule liegt. Keule liegt. Keule liegt. Leitig gepattet, Jungs? Ne. Guck mal mal zwei Jumppads. Rechts nehmen uns Gegner zwei. Mindestens. Warte mal. Ich bin ganz woanders. Hit. 90er Stipe hat er gefressen. Kriege Damage. Du bist der Beste. Mach weiter so. Die Zone nicht vergessen. Die Zone nicht vergessen. Die Zone am Rücken. Von zwei Seiten. Zwei Seiten Alarm. Ich erst gleich. Ich hab einen von den... Herr Lama. What? Oh mein Gott. Ist das ein Lama oder ein Mensch? Ein Pro oder? Herr Lama? Ich rette dich einmal. Ich rette dich einmal. Wie lange bin ich in der Zone? Ich hab einmal gerettet. Ich hab mir 200 Leben abgezogen. Das ist so wichtig. Das ist Teamplay auch gerade. Das ist auch krass. Wir sind gerade eine gute Runde. Ich bin nur in der Zone. Ich bin immer noch hier. 3er, 4er Team. Greift mich an. Da. Ich hab einen Snipe bekommen. Ich hab einen Snipe bekommen. Hinter uns. Ich brauch eine Minute für mich. Hat eine Medikationsgerät. Die snipen auf uns. Die snipen auf uns. Die snipen auf uns. Sidney, gimme mir eins. Ja, warte. Gut. Da liegen wir. Warte, warte, warte. Ich hab einen Biggie für dich. Ach, brauch ich leider nicht mehr. Boah, ist das Medikationsgerät nicht Usen. Ich nehm das richtig. Ey, gib mir den Biggie. Gib mir den Biggie. Ich brauch die, oah. Hier, nochmal ein bisschen die, oah. Boah, haben wir schossen. Ey, wo ist mein Snipe mal hin? Ach so, ich hab sie ja verloren wollen. Ich kann editieren. Guter Goll. Jungs, Jungs, wir müssen petten gleich. Ja, ich pette gleich. Wo sind die Feinde? Wo sind die Feinde? Überall vor uns. Vor uns acht. Acht Spieler, acht Spieler. Guck mal, wie die da schwingen, wie Spider-Man. Guck mal, wie die da schwingen, wie Spider-Man. Okay, Jungs, ich pette, ich pette. Ich pette. Ping, 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 ping das Pad. Ich seh's nicht. Hart gemacht, hart gemacht, hart gemacht. Wollen wir auf sie rauf, oder wollen wir vorne halten? Halt, halt. Lass auf sie rauf, ich möchte sie rauf, ich möchte sie rauf. Lass auf sie rauf, ich möchte sie eliminieren. Boah, ich blande bei der Ma. Einer schwingt hier so hart rum, wie Spider-Man. Schöne, lass rein. Lass auf. Kann zugucken. Wir sind noch viele, ihr liebt. Ah, andere Seite sind nicht. Halt! Zwei Hits, zwei Hits. Hier sind 40 Leute, ne? Ich weiß, du bist in acht Leute reingesprungen, das habe ich nicht verstanden. Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Dr. Franklin564, mach ihn wechseln, nimm ihn in den Spielspaß. Ab ihn schon. Nimm Dr. Franklin in den Spielspaß. Du bist der beste Sinn, nimm mal weiter so. Hab einen komplett runtergeschossen, da ist noch einer, da kommt noch ein Team. Am Mars drin. Hab einen. Hab einen. Sind wir noch mehr bei euch? Ja. Hit, hit, hit. Oh, vier Hits. Trimax, mal weiter so. Hier rebootet doch einer, oder nicht? Gut, den Vogel weggemacht, Trimax. Hab ich gesehen. Nehm, 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 nehm. Gute Hits, Trimax. Gute Hits. Hab ihn. Hab alle aus der Hozune geholt. Alle getötet. Oh, den Vogel hast du auch aus der Hozune geholt, Digga. Hab wirklich schon Dior. Nö. Digga, Trimax schießt immer die Tiere ab. Halt mal die Schnauze, klar. Die kann krasse Items geben. Jungs, das ist... Das ist... Das ist... Ey, Kill-Rekord von mir. Kill-Rekord von der neuen Chapter 3. 5 Kids. Das ist ein 1v4 jetzt. 1v4. Hier ist er. Lass ihn sick töten. Lass ihn pickaxen, lass ihn pickaxen. Ja, oder Trick-Shotten. Ich geb dir nen Reboot von Ely. Du wirst das denn, ey. Wie viele Kids haben wir? Wir haben 15 Kids. Ely steht 4-0, du kommst in 19 Minuten nochmal rein. Okay. Nummer 1. Trick-Shots. Trick-Shots only. 3 gegen 2, lol. Ja, wollte ich auch grad sagen. Ich hab dir jetzt einfach vertraut. Ich dachte, Ely lief noch. Ach so, die sind 2. Okay, jetzt Sweat. Sweat-Modus wieder eingeleitet. Doch, nicht Trick-Shotten. Wo sind sie? Wisst ihr, habt ihr sie schon gepinkt? Bei mir irgendwo. Irgendwo hier. Ich brauch nur ne Pistole. Ich brauch nur ne Chance. Wo sind die Feinde? Oh mein Gott, man kann übelst krass, glaub ich, damit One pumpen oder so. Ah, bei mir, bei mir, bei mir. Im Haus. Okay, okay. Ping, 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 ping. Ping. Ping ist da. Ping ist hier. 64 Meter. Das ist stark. Das ist gut. Ich rette dich. Danke. Ich hätte mir sicher, dass sie hier sind. Ja. Ich kann sie hier riechen. Und im Keller. Unten im Keller. Ich geh rein. Ich baue mich von oben rein. Und jetzt Rainer. Warte. Wie ne Entenfamilie. Okay. Alle rein. Alle drei zusammen. Keiner im Keller. Keiner im Keller, Jungs. Hä, keiner im Keller. Wer kommt denn so'n Scheiß? Ich hab mir ne Banane hin. Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Hä? Ruhig, 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 ruhig. Ich kaufe ihn mir. Der ist Crackerino. Der ist off, der ist off, der ist off. Oh, hast du das ne? Scheiß, wenn der Sniper ist leer. Wo ist der schon wieder hin? Ey, sind die geschwungen? Hä? Ich versteh's auch nicht. Ja, da vorne ist einer. Einer hat schon den an. Hier, der hat die Luft an. Ah, der fährt jetzt hier. Cool. Ich versuche es auf ihn drauf. Der ist tot. 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 Der ist aber nett. Ich kann ihn shaken machen. Den letzten schön machen. Habe ich immer noch Sniper Ammunition? Ich hab Sniper Ammunition. Der, der, der letzte Kill ist immer, wenn ich sag, der soll schön werden, ist der immer scheiße. Aber lass mal jetzt wirklich einen. Zaubert mal. Wo ist jetzt der weiße? Ich geb ihm ein 360. Das ist genau so, das ist gut. 360, das klingt gut. Ich würde den dann standardmäßig irgendwie pickaxen, aber gut. Er geht auch. Mit einem 360 pickaxe ist cool. Okay. Wo ist der Knecht? Im Haus irgendwo wahrscheinlich. Mann, Alter. Er verschwendet meine Zeit. Ich bin hier um Wins zu holen. Und nicht um hier ein Hühnchen zu jagen. Er ist tot. Er weiß es nur noch nicht. Start in die Zone. Ich kaufe ihn mir. Wo ist er? Ich kaufe ihn mir. Start in die Zone. Versuche, cross the map. Quickscope mit Headshot. Er ist tot. Wo? Hier. Ach so schnell. Ich habe ihn erst bei mir. Als Wipe. Ähm. Habe ihn gelockt. Er tanzt. Okay. Es werden alle pickaxen. Alle runter und pickaxen. Er darf nicht tanzen. Er darf nicht tanzen. Ja. Let's go. Krone eingesammelt. 1-0. Und weiter geht's. Direkt in die nächste Ombi. Das ist Qualität. Einfach Kill-Rekord. Einfach Kill-Rekord. Wie geil. Nicht gespielt, Leute. In der ersten Runde, Digga. In der ersten Runde. In der ersten Runde. Ja, dann lass uns. Wisst ihr was? Dann lass uns doch jetzt hier einfach mal direkt rein. Einfach mal fünf. Wir fangen mal langsam an. Jeder fünf Giftsabs in den Pod. Sidney und ich gegen euch beide. Achso. Nee, wir sind doch ein Team. Ja, wir machen als Team. Aber so eine kleine. Das sind ja nur fünf Giftsabs. Wir sind contested. Wir sind contested. Wir sind contested. 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 Vor allem von den Schwitzer. Okay, warte. Wir lassen uns das nach der Runde. Lass uns das nach der Runde klären. Lass uns erstmal hier den Win-Win holen. Fuck, fuck, fuck. Hier landet einer bei mir. Fuck. John contested. Ich hab ein Z. Ich hab ein Z. Ich bin tot. Ich bin tot an John Ricks. Ich bin tot an John Ricks. Ich bin drin. Wir wollen... Hab ein, hab ein. Nimm die Waffe, nimm die Waffe, äh, Eli! Möchte jemand das unbedingt verhindern? Ein Kill. Hey, geil. Agent K sagt mir gerade die Lockdaten. Hint. Hint. Ich hab den, ich hab den. Ich muss den Störsender finden. Dinger, Eli. Findest du, findest du schon. Eli hat mich so weggeblockt, ne? Wär ich deswegen gestorben. Ich glaub, ich hätte einfach den Ladenkabel raus... Ich hätte meinen Bruder von angerufen, die hätten ihn kündigen sollen. Ja, Leute, Bruder, kündigt mich mal. Ja, ich bin bei Telekom 90. Nach 18 geht's. Oh! Nimm mir einen... Komm her, das interessiert mich, du Süsslepper! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Pickaxe ihn! Pickaxe ihn! Du musst ihn pickaxen! Weg ist er, Jonas! Hä, Jonas! Geh in die Schule! Ich find's auch geil, dass jeder bei Forza... Oh, noch einer! Wo ist der? Mach ihn weg! Brauchen gar nicht anfangen zu tanzen, ich mach mich sofort weg, wenn ich euch sehe! Ah, same, hier, Luis, guck mal, zack! Luis, geh in die nächste Lobby! Das waren die Dreijährigen, Max, von der Lobby. Mhm. Das sind die Kackdinger gewesen, Alter. Die Kackdinger! Tod, Tod, Tod! Fuck, hier ist noch ein Elfjähriger! Mann, wo sind denn seine Eltern? Die geben ihm einfach Internetzugriff, oder was? Wie loste die denn? Es ist 21.50 Uhr! Wo, Trimax, wo? Von wo? Auf der Insel, wo ich herkam. Okay. Digga, stell mir vor, du hast ein elfjähriges Kind verstreept zu sein, was für eine Scheiße! Oh! Was ist los, Eli? Boah, ich hab denen so dicke Hits gegeben, wow! Du wärst stolz auf mich. Ich hab aber keine Wun... Ich hab nichts mehr. Ich brauch... Ich brauch irgendwie Leben. Green Life. Und meine Karte, und meine Karte. Oh, was hab ich gemacht? Zählen, pass auf auf deiner Seite. Also, die können... Hey, Sid check's nicht. Sid check's nicht. Was denn? Der hat sich die ganze Zeit im Visier. Oh. Digga, ich hab denen so wilde Hits gegeben. Biggie. Ist gut, mach das nochmal. Wo sind die denn? Ich hab Zeit. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Da müssen wir hin. Okay. Hey, Jungs. Wir müssen mir mal ganz kurz fünf Sekunden geben. Muss er mal? Why? Wir brauchen mal ne Karte. Erst die Karte, dann fünf Sekunden. Ja, fünf Sekunden, weil ich den Biggie... Ach so, die ist da unten. Dann krieg ich da hin. Okay. Eli, lenk ihn ab. Gut abgelehnt. Gut gemacht. Eli hat nur insgesamt 30 Schuss, aber erst mal 15 Schuss in random Bush geliefert. Hinter dir, Eli! Hinter dir, Eli! Eli, hinter dir! Zwei Leute. Ich hab keine Munition. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ach nee, weil du den Bush abgeschossen hast. Ich bin nutzlos. Ich geh mit der Hacker rein. Einen Schuss hast du. Ich bin der Haffler, ich hasse mit der Hacker. Greif mit dem Zelt an. Greif mit dem Zelt an. Greif mit dem Zelt an. Das war auch der mit. Weiß ich. Ich zeig ihn. Wichtig, wichtig. Die haben bloß gelootet. Ohne. Der hielt sich. Ich hab' eine Idee. Den holt ihr euch. Den holt ihr euch. Let's go! Wichtig! So geil, Mann! Die denken, ich hab' die vergessen. Die denken, ich hab' die vergessen auf der anderen Seite. Richtig, Jungs. Gucken die? Das packt ihr. Das packt ihr locker. Ich schwör's dir, da war jemand. Sehr gut gespielt. Danke! Das ist wichtig. Chat! Käpt'n, was sagst du? Ähm. Super. Super Teamleistung. Okay, nice. Super's Käpt'n. Weiß ich nicht. Super Teamleistung. Bei mir sind Wölfe. Elegjella, mach sie weg! Elegjella, komm mit! Hier! Da! Guck mal, das packt ihr schon mal in. Ich fahr immer ab an diesen ganzen Orten. Man muss immer die Laufschuhe mitnehmen. Ja, aber ist doch geil. Ist geil. Dafür ist ja ein Battle Royale gedacht. Richtig. Ich will immer in Tilted Towers gefühlt landen und dann alles wegmachen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ich war so ein Tilted. Ich war so eine Tilted Tower Legende. Einfach ein Fieder, warum? Doost Aiden hat bei mir Ausrufezeichen Taktik in Check geschrieben. Wer? Doost Aiden. Der immer Tilted Towers gelandet ist. Mit diesen anderen da. Ich weiß, hier sind Wölfe. Mach die weg. Markier die dann auch weiter. Hier sind die Koulen. Ich glaub sechs Koulen. Das ist gar nicht so bad. Gib mir Biggie. Warte Max. Double L bei Tilted. Super. Main. Ich hab da so Miete gezahlt immer in Main. aber die harten sind natürlich im main gelandet habe ich auch mal solo gegen duo gespielt einen guten tag für die clips für die montagen ich habe es hochgeladen auf youtube ich weiß es habe genug fleisch für die nächsten zehn minuten hat jemand ein bisschen kraftstoff für mein quad ich denke nämlich ans team weil die tolle kommt auch keine zu nicht kann fliegen scheiße geht nach vor mir wird abgedreht noch gleich wir kommen nicht in die zone wir kommen nicht in die zonen ist ein gegner wo die schießt schon auf uns die move außerhalb der zone und greifen hier an ich weiß ich weiß wurde wurde gepusht wurde gepusht hier ist noch ein außerhalb der zone gepusht der elfjährige der hat seine geografie hausaufgaben heute nicht gemacht er kriegt ein eintrag ins klassenbuch so eine scheiße ist der kacke alter es ist mitten in der nacht ich verstehe das nicht was macht er denn die pushen außerhalb der zone ich konnte der dich holen sechs fleischstücke ich habe stress mit der zone hier ist hitlers bern ich habe wieder aufschauen ich habe ihn genau es ist samstag für das klassenbuch warum alle eigentlich eine scheiß krone ich weiß auch nicht ich bin drin ich bin nicht so ganz try makes gute zuschauerzeit äh zuschauer wie heißt das zuschauer zuschauerzeit ich weiß nicht ob man das so nennt hier hier ist doch reboot ja bootet mich das ist mein job heute die ganze Zeit max rebooten hat einer medikationsgerät medikationsgerät banderolen amma äh ne ich 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 daueres spider-man mechanics mach den triple reboot häng dich ran häng dich ran elie elie zu langsam ben dran habt's merk ich mir halt mit einer hand dran elie trinken hier ist auch noch ein bigi jungs für euch ich war mit einer hand dran chat bigi 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 im haus krone ist wenn man die runde davor gewonnen hat schreibt man shit ja aber alle haben die kronen warum haben die alle kommen wir in zweiter runde alle winner kommen in eine runde ne ich bin davor FECS Finale ja ich seh keine feinde aber ich seh im wild brennt jungs wer hat wieder gespeit wieder engage auf mir engage auf mir wieder immer jemand schießt immer markiert ist markiert immer also ihr müsst einfach zu mir kommen ich hab immer acht spieler auf mir pass auf zwei von denen haben die Sniper und der Nebel hat alles in dichten Nebel verrückt ja alter kann ja nicht sein alter schwede ok glaube ich oh Hilfe nein ich bin Ufes ich hamse mich ein ich hamse mich ein die sweaten die sweaten eingeproxt ich brauch Hilfe hm du bist der beste Trimax hier kommt einer hier kommt wieder einer zu mir wieder engage auf mir so ich mach jetzt was wildes jungs hab noch einen down wo ist der beste ja wo ist der hier kommt noch ein Team angeschwungen ich brauch auch ein paar Sachen Sid ich brauch ein paar Sachen was baust du was hast du hinter uns ne warte mal hier ist noch jemand irgendjemand schießt auf mich hier sind noch jemand vor uns direkt ein Streamy der kommt angeflattert wieder jetzt kommt dieses scheiß Spiderman Teil Alter es kommen Millionen Leute außerhalb der Zone hier Spiderman crack one shot hinter uns hinter uns wieder gesnipht von zwei Seiten jetzt noch eine Seite drei Seiten drei Seiten Angriff auch nicht der Triple Angriff auch nicht im Busch komm an die Zone erstmal alle diese Schwingteile sind ja krass ich blinze nicht mehr ich brauch dringend Eier Muni oh mein Gott hab ich den gelasert hinterm Baum 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 ich brauch dringend Eier Muni hinterm Baum Mann Digga glipsiger Eli ich bräuchte Eier hast du ein bisschen Eier warte jetzt go dafür kriegst du auch ein Shield komm her werfen wir das hin ey die schwingt weg ne liegt wo ist er? da bisschen Kovacs üben he he Wrecking scheiße Wildschweinangriff schon wieder vorne Finder? ne wo? doch nicht doch nicht doch nicht fand ich aber gut ich mag diese anders zu schnell müssen sowieso nichts wollen ich mach ich hier bin ich ganz kurz Chat mach das ähm du redest zum Chat nicht zu also du musst zum Team reden es wird back to back ey Chat ich brauch noch ein bisschen AR Muni wir haben 13 Kills gerade die um ey der ist übel weggehangelt dort hinten glaube ich hier ist er ja das ist ein Loser don't contest don't contest hat jemand noch Metz übrig aus den vergangenen Fights? ich 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 er wird jetzt gedoublekeet keine Sorge ja wie schnell ist er hast du getropped danke sauber wie schnell du drobst dann so was gut ich hab uns das tausend fort miteinander reden miteinander reden ich hab den der spiker vorgabe ich glaube das war ich weil ich auf den goldenen rahmen geschossen aber auch gut er hat eine goldene shotgun gedrobt das ist geil ich brauche noch mehr I am Muni Chat hat jemand einer? ich hab noch bisschen I am Muni aus dem Chat hier Max sauber alter das ist es doch mal ich bin der Sniper der Hand mehr brauche ich nicht ey Sniper Munition Sniper Munition wie sieht es aus? Sniper Munition habe ich null Sniper 6 aha dankeschön ja und ich dachte ihr seid die Madis Wildschwein vor uns man wirklich Huhn down Huhn down sauber sauber daran erkennt man ein guter Spieler ich war auch sofort drauf aber ne ja ja safe oh mein Gott ich dachte das wärst du ist ein Sweat der Mann ist weg ich wollte so gewinnen er ist tot der weiß ich noch nicht ich konnte test das alles gut alles gut ja ist er tot? er ist tot gut gut gespielt Team gute Callouts da von mir auch goldener Rabe neben uns hab ihn welche Waffe ist das? mk7 schnapp ich mir nimmst du die ne aber die Raben sind echt gut die goldenen der gibt immer ne goldene Waffe Feinde vor mir Feinde vor mir SW 209 ich hab ihn ganz genau wie dir Feinde ja ich hab ein Bett ich hab ein Bett ich bin so viel am Rennen hier Feinde 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 ich bin Bradley Cooper Feinde Covax 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 Minus 100 14 break espere Smere 30 I push Dabei ich kofe ihn mir wir im oderихli die von hinten Kassieren hab ihn Gegner schwingt zu uns, Gegner schwingt zu uns, die Engage auf uns. Ich brauch Korn. Ich brauch den Hitten. Von wo denn? Ich bin zum Nippen. Ich check's nicht. Oh, 30er Blue, 30er Blue. Ich hab den Daniel Piep. Ich hab den Daniel Piep. Ich hab den Full Engage auf mir. Wir sind Sweat. Sweat detect mich. Sweat detect mich. Nur mich. Hilfe, Hilfe. Bei mir ist einer. Sidney, du machst den, der ich helfe. Er ist drin. Er ist drin. 20er Blue. Gigantischer Sweat. Der holt euch alle. Das war's. Hier. Hier ist er. Er steht hier einfach. Oh mein Gott, wichtig. Wir holen uns alle. Versehen. Guck mal, gerne hochholen. Sauber. Ganz kurz. Hier, das merkt man. Einmal eins ist er. Immer erstmal wieder zu leben, wenn man gut geschützt hat. Alter, das geht viel schneller. Wie geil. Hier, Amar vom Huhn. Äh, Tramix. Ne, ich hab noch einen Jungt-Saft. Jungt-Saft. Hast du den geholt, Sid? Ja, ja. Richtig, Sid. Auch mal ohne Callouts. Einfach die Leute holen. Willst du einen down? Ja, Jungs, lass pennen. Vier gegen drei. Ich bin auf meinem Bein, unterwegs. Vier gegen drei. Ne, ne, es sind noch zwei Teams. Woher zieht ihr das? Hat jemand, äh, sch... Bei... Shield? Nein, ich flanches. Ich flanches. Ich flanches. Ich flanches. Gewinne von der Seite. Ich bin tot. Hab den cracked, hab den cracked, hab den cracked. Fünftig minus. Dead. Nice, wichtig. Das Teamwork. Jungs, die letzten... Die letzten zwei. Die letzten sind ass. Die einmal splashen. Die einmal splashen zusammen. Komm mal rein. Ja, ja. Max, komm rein. Warte noch, warte noch, Eli. Meine Krone. Hat sie. Jetzt, Eli. Nice gemacht, Eli. Nice gesplasht. Danke schön. Well splashed. Nochmal, nochmal ein Pad geplaced, hier. Well splashed. Pad ist da. Ich hole mir einen. Nein. Sie sind doch safe im Busch. Sie machen magische Hüte von Yu-Gi-Oh. Hm. Jumi, hi. Wo sind die? In dem Busch sind sie nicht. In dem Busch bei mir auch nicht. Hier auch nicht. Safe. Keine Materials. Busch safe. Busch, 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 Busch. Keine Mets. Einer dead. Hä? Der letzte muss... Das muss cool sein, das muss cool sein, Eli. Das muss cool sein. Ich werde ihn mit meiner Schruffeln in sein Gesicht schießen. Er ist Blocks, er ist Blocks. Ja, ich muss. Er muss hin. Sauber. Das ist es. Und wir gehen in die nächste Runde. Wir gehen direkt in die nächste Runde. Ich spür hier gerade was. Ich glaube, das ist ein Tag, wo etwas ganz Großes passieren könnte. Hm. Wohin gehen wir? Ich gebe mal hier einen Call. Ich muss den Chat entscheiden. Ich muss den Chat entscheiden, weiße nicht. Fokus, Amma. Denk mal, ich bin E-Sportler, Amma. Fokus, Sydney. Ja, ja, ja. Geil. Ja, ja, ja. Er würde niemals einen Travis Scott-Skin spielen. Doch. Ja, doch. Ey, jetzt hören wir den dritten Sieg hier in Folge. Wir sind contested, contested. Contest. Kleiner Contest, kleiner. Alle, die ganze Welt ist hier. Die ganze Welt ist hier. Wo landen wir, wo landen wir, wo landen wir? Alle hier, alle hier. Ich bin abgedreht. Alle hier. Alle bei Blau. Alle sind hier, alle sind hier. Alle hier. Alle hier. Ich habe einen Sniper, ich mache einen Quickscope. Sydney, du hast die AR, du musst jetzt das Carrying. Geh mal weg, Sydney. Lass liegen, lass liegen, Sydney. Oh mein Gott, Elijella. Achso, hier, hier, hier. Elijella hinter dir. Elijella, bitte. Nimm. Amma. Nimm. Da krieg einen Quickscope. Knocked 2. Oh fuck. Knocked 1. Oh fuck. Knocked 1. Knocked 1. Knocked 1. Mein Teamcaptain wird nicht angefasst. Ich habe Angst. Ah, Amma. Amma, unten. Ja, 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 ja. Der soll rein. Was? Hier ist eine Blau Pump bei mir. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ah, oben bei mir. Schade, oder? Oh. Was, du? Nein. Elijella. Ne. Doch, Elij. Blau Pump, eh, Amma. Hinten. Ja. Warte, ich muss erstmal hier die Chess holen. Sonst sterbe ich. Hast du den geholt, Elij. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ich glaub das. Ich glaub das. Na, das ist passiert. Digga, der hat sich so hart weg. Ich glaub das nicht. Digga, ihr wisst nicht, was ich gerade gemacht habe. Nein, ehrlich. Ungelogen sah aus, als wenn ich Mongral wäre. Denke ich mir auch immer. Und dann seh ich die Highlights und denk ich mir so, ja ok, so krass war es doch nicht. Du Scheiße. Bitte mach Einer auf den Slip und schick das den Backen. Schick das den Backen. Es gibt noch mehr Wegen. Agent Jones ruft mich. Oh mein Gott, er gibt mir eine Minute. Alter Schwede, ich hab einen Haaren. Das ist kein Joke. Ihr denkt, ich übertreibe. Und dann checken wir in ihrem Lager... Er contestet mich. Noch ein? Ich hab noch ein... Zwei Sliper Schüsse. Ich editier auf und geb ihn ein Noscope in seine scheiß Fratze rein. 172er schlafen gedeckt. Und das ist kein Witz. Noscope. Noscope. Kein Joke. Und es war geplant so. Ach du Scheiße. Chore, wenn das nicht im Video drin ist... Wow, wow. Wow, wow, wow. Ja, ja, haben wir nie. Du wirst genaded von links, Wax. Du bist nett. Von zwei Seiten, zwei Teams, der zwei! Zwei? Ich hab zwei Finger gehoben, weil es zwei Teams waren! Komm mal. Zittnir bei uns. Digga, ganz viele. Oh shit, warte. Zittnir macht dein Ding, Zittnir macht dein Ding. Oh. Koray, warum markierst du Atta? bei mir allein schon zehn leute 17 jetzt hinter mir die haben stress zwei minis vergiss nicht ich habe aber keine meds ich sehe 19 teams 19 teams alle habe ich stress so nervig dass man keine menschen ich habe dreck jetzt nicht mit den spielschmerzen genau noch einmal noch eins gegen 90 schmerz mit nomads 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 ist der beste sie haben angst vor dir ich bin nicht sauer auf ihn ich bin sauer auf die erziehung seiner eltern internet internet zugang ohne erziehung guck mal was rauskommt kräuterglut ja ich habe nicht so spaß immer 1 gegen 35 also ich bin ich bin gut aber 1 gegen 35 ist mein ist mein limit schon was getan sind keine eisglocke mehr warte mal warte mal siehst du das du hast recht er kommt wieder ich bin ready ich bin ready ich habe so bock jetzt so recht der erste der von uns stimmt ist ein vollidiot und loser oh scheiße ich bin komplett versteckt jungs einer kann zugucken ich finde nicht schade ich bin vollidiot wo ist max wo ist max ich bin vollidiot weiter ich verfolge mich welche ich verfolge mich across the map mit minis was ist denn das so kamit weiß ich nicht ich habe den clip alles gut jungs max bist du ready ja ich komme dann raus wenn die 35 wieder tot sind aber wie sieht es aus ich krabbe hier rum ich bin guter krabbeler ich habe hier noch ein paar tests und ich habe hier einen gegner bei mir anscheinend ich krabbe zu euch achso ist ein stream sniper warum hat er denn full life full life ich bin guter krabbeler top ansatz echt der ansatz war wirklich gut mit edit sogar ich bin man da ist noch einer es kommen noch mehr es kommt immer mehr schiff die vielleicht sind 45 spieler gleich ist die lobby hier am leggen ich bin am krabbeln bei ne ne schade ich hätte es mir für dich auch gewünscht ich guck es mir jetzt hier mal an ne damer oben zu ne geht auch nicht ok neis neis não neis neis ja max die die karten von sind und mimir sauber danke die jahre du die jahre du die jahre du das fand ich irgendwie witzig was lied ja kommen wir schon die marken von unseren auge behalten ja jetzt kommt das team jetzt zu so nämlich die bereich 100 holgen rechts lang Guck mal, warum steht, dass wir nur zwei Kills gemacht haben? Ich hab doch einen Kill gemacht. Die sind vor uns, Max. Ich hab einen Crack. Wir haben drei Kills. Für mich sind zwei. Überstickes Aim. Das sind ja mehr. Wie viele sind das, wo die steht? Es sind vier, es sind vier. Boah. 18er-Hälzer-Thronenlos. Mach ihn weg. Es sind vier. Amade, Minis, 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 Yamaha, Minis. Guter Call, guter Call. Der ist ein Dot-Coach. Hab einen. Einer Start down. Mach ihn weg. Ah. Sie haben Angst vor euch. Sie haben Angst vor euch. Macht er gut. Du bist der Beste. Hab einen. Du bist bei Amar gerettet. Du hast Amar gerettet, Max. Über euch. Über euch. Über euch. Weiß ich nicht. Schlechter Call. Doch, irgendwo. Doch. Und das ist es. Karte von Sydney. Ja, wir müssen uns ballen. Gut. Und am Bus stellen. Und die Monatskarte rausholen. Zeig dem Busfahrer die Monatskarte. Kommt noch ein Team? Von wo? Bei mir in mir drin. Immer in mir drin. Das sind wahrscheinlich keine Streamsniper. Nee. Die hier hergefahren kommen. Drei, vier. Vier Stück. Vier Stück. Das ist ne Banane. Wurde überweg gesweatet. Nice. Er schickt Emotes. Das sind sie. Sie sind zu viert. Nein, nein. Jetzt wird ein ruhiger gemacht. Digga, stell dir mal wirklich vor. Du kriegst ein Kind. Verkackst die Erziehung. Elf Jahre später nennt sich der Wicht Neptune in Fortnite und Stream snipet. Richtig. Wie billig, Alter. Was für ne Scheiße vor elf Jahren. So Jungs, ab jetzt. Ich will nur Callouts hören, ja? Ja. Da ist ne Cone. Shots. MK7. Ich check das nicht, Alter. Ja, egal. Aber Max, das Gute ist, dass es uns allen immer so geht. Mhm. Aber du bist halt ein bisschen besser als ich, weißt du? Ich bin halt immer tot. Stimm nicht, Max. Stimm nicht. Boah, die sind so gut am fighten. Kann man in der Knock gehen? Du denkst, das ist gut, wenn die sich gegenseitig ausschalten? Aber wenn du hier länger bist, kommen noch drei weitere Teams. Ja, das stimmt. Das ist grad ein 4 gegen 4 und du bist alleine. Als Einzelner. Aber gleich sind hier 16 bis 20 Spieler. Das brauche ich auch für den Nervenkitzel. Für normalos. Mach ihn weg, er mal. Und? Und das ist es. Kann zugucken. Der kann direkt zugucken. Nimm dir alles was er hat. Nimm dir alles weg. Oh, die haben Lama. Es kommen welche? Cool, Matt. Cool gebaut. Was ist das gewesen? Alter, sie sieht cool aus. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. 2.500 Leben. Oh, das ist so sick. Nein. Hä, wie kommt der da durch? Loi? Kann man das nicht kaputt machen? Wie Tresorraum. Kommst du nicht rein jetzt? 2.500? Mh. Mach ihn weg. Sauber. Mh. Mach ihn weg. Mh. Und das ist es. Und du bist es auch. Das ist so sick, Alter. Sind du wärst besser, Amar oder Timmer? Timmer. Hä? Hä? Hä, normal. Das ist krass. Däger, wie versucht. Machst du nicht? Nee, nee, nee. Der Reset geht nicht. Ich hasse das. Ging nicht, ging nicht. Ich hasse es. Schade. Abwacht. Ich bin in die Lobby gelieft. Alles gut. Dann müssen wir einmal alle aus. Himmel. Himmel ist sauer. Was machen wir jetzt, Leute? Weiterspielen. Hey. Kommt die mal an da oben, wie die fliegen. Okay. Stream wieder an, weil ich unten nicht kann. Unten wieder an, ja. Oh, oh. Der hat die Waffe bekommen. Doch, die scheiße. Die sind besser als wir. Ein Zelt eingesammelt. Das ist in deiner Hose. Guter Witz, Amar. Mach weiter. Zelt in der Hose? Ach so, weil man Steifen hat. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Amar, hilf mir. Amar, hier, Lila. Lila. Lila MK7 kannst kaufen. Alter. Amar. Ich hab den, ich hab den. Warte, Leute. Nein, 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 nein. Es kommt jetzt einer. Ab den, ab den. Über uns, über uns. Ich bin der Half-Flash. Hast du eine Zalka? Es landen jetzt erst welche? Es landen jetzt erst welche? Streamsniper, ja? Ich hab die LED, ab die. Naja. Naja. Hast du gelandet auf die? Naja. Digga, ist gelandet, sind Streamsniper. Naja, aber selbst wenn sie ein freundliches Streamsniper ist, sind das ein nervige. Ja, ihr seid Knechte, Digga, ihr habt ein verbittertes Leben. Digga, an einem Samstag chillt ihr so lange im Bus, Digga, seid ihr eigentlich komplett hässlich? Die sind zu jung, ich würd nicht, ich würd's nicht auf die Person schieben, ich geh komplett auf deren Eltern würde ich sagen. Irgendwo? Irgendwo hier. Oh man. Ich nehm ihn direkt ins Spiel, ich bin zwar da so ein scheiß Knecht, das. Ich wurde vom Berg gesniped irgendwo. Digga, hier ist noch close irgendwo jemand. Bei mir ist auch noch Gegner drin im Haus. Machst du ihn? Ne, ne, ne. Einer ist bei euch drinne. Quacked. Nice. Digga, der hat auch kein Heal. Aber nimm die Sniper, Ely. Oh, jemand knattert. Digga, vorne hinten. Die haben so viele, Digga. Das ist ein Healbisch. Das ist so nervig, ne. Ich geh mit Bandages. Ich geh mit. Ich geh mit. Ich geh mit. Einer läuft hier rum? Ja, im Haus irgendwo. Jungs, einer läuft hier vor uns noch. Ich bin da, ja. Hier unten ist einer. Oh, ich kann nicht spartieren. Oh, ich kann nicht spartieren. Oh, ich bin da. Nichts. Ich geh mit. Ein oder so im Kalk. Wurde gesniped. Wurde gesniped, hab kein Leben mehr. Big Ely. Shh. Wer ist am rebooten? Einer von uns? Ich höre, sind die hoch. Sind sie auf den Beinen. Cool. Ich wurde gesniped einmal. Ja. Null HP, ich brauch unbedingt win hier. Hä, wo sind die? die landen jetzt immer noch gefechtsschale 50 metz hast du noch ich gebe sie durch ich hatte unfassbar viel spaß aber ich habe es euch gesagt wir sind ein kontester an konversen und jetzt war da drauf hier ist alle hier oder die rotieren rein wo ist mein ton ich habe gleich richtig ich auch das zusammen einfach alles fashion auch geil das wird der epische sieg sein ich habe sechs minis kriegst alle vier ist einfach zelte daran erkennt man e-sportler dass die splash fässer mitnehmen ich habe den alles gut nehmen die spielspart habe ich schon deine teammates kommen glaube ich auch ich brauch die minis das war okay minis liegen sehen die marken dann läuft das war die denken dass man mit anonym das drüben kann geht aber man kann alles in der lobby nachschauen nein ich hatte nichts mehr zum bauen ich habe es genau gesehen wie viele zwei habe ich gesehen schwingen spiderman angriff spiderman angriff ich habe einen von den knechten wir schaffen es wir schaffen noch ein auto neues team geht los neues team ist da neues team ist da zwei teams jetzt wieder die sind wieder aus dem nichts gekommen da kommt noch ein team noch ein auto team viertes team ist hier 62 62 noch ein team noch ein team komisch dass die teams alle hierher kommen ist irgendwas egal glibschiger dreh dich um dreh dich um steppes klaus 0 metz dabei ein weil ein klech ist hier ist einer gejumpedded er ist über uns jetzt gewinnt ist kovacs eine kovacs routine ein ich kaufe ich kaufe ist er bei dir habe ich habe ihn gekauft restgeld kann er behalten kann eine neue lobby suchen du scheißknecht und jetzt sitzt er vor seinem bildschirm mit seinen chips fingern und wartet dass wir wieder in der nächsten runde sind die sind derbe hässlich das haben die gar nicht auf dem schirm das haben die gar nicht auf dem schirm das haben die null auf dem schirm dass das überhaupt ein ding ist das ist so keine ahnung im 17-120 wo auf einmal alle neunjährigen kinder irgendwie geraucht haben die hätten das gar nicht auf dem schirm dass man vielleicht mal mit mit elf nicht rauchen sollte und so sollten nicht mit elf einfach ohne auf sich ins internet gelassen werden alter wir haben die geholt wir haben sie geholt wie haben sie geholt die erste welle das war die erste welle die zweite welle kommt gleich ich bin ich zum ersten mal ich auch nicht sind wir einfach mit der smg rein 172er gibt die kamen jetzt sind jetzt noch ein bisschen fleisch für dich ja ja das sind wir gestern haben wir doch auch ne war das form ist dann haben wir auch gespielt und wir hatten overall alle zusammen 35 30.000 zuschauer das hat auch geklappt wir hatten einmal habe den frosch sauber team web Der kleine Schweinehund. Ja, hab ich gesehen. Wolf Headshot. Wolf läuft noch. Sauber. Ich nehme Fleisch. Wolf, Shield Crack. Die ersten zwei Runden haben richtig Spaß gemacht. Die haben richtig gebockt. Das war ohne Witz. Das war wirklich... Das war jetzt unfassbar geil. Aber jetzt haben wir jetzt auch schon organisiert. Wir haben elf Kills. Ja, aber es ist jetzt scheiße. Man spielt gegen Leute, die in den Stream schauen. Ohne Delay. Die wissen, wo man ist. Die wissen, wenn man im Busch ist. Die wissen, wenn man einen Hai hat. Die wissen, das nervt einfach nur extrem. Auch wenn man sie tötet, das ist einfach die übelste Scheiße. Folle mich, folle mich, folle mich. Ich folle mich, ich folle mich. Ich habe ein Pett auch, Mann. Du musst dich dick. Ich will einen Slapdruck haben. I'm coming, I'm coming. Yo, guys, stick, 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 stick. I'm tapping, I'm tapping. Warte, wenn du tappst, wirklich. One lay up, one lay up. Ich glaube, die hier. Folle eine Rabe. Oh, geil. Genug farmen, genug farmen. Null Mets. Ich farme so doll die ganze Zeit, das ist so eklig. Ich hasse es, so doll zu farmen. Jungs, Slapdruck ist noch ab. Den können wir usen zusammen. Ich will schon. Das ist halt echt das Dumme an Public. Du kriegst kein Leben pro Heal. Und man kriegt es auch so schwer im Mets. Nein, im Mets. Keine Schüsse auf mich, sind Mets. Hat einer Sniper Munition jeglicher Art? Oder generell Munition? Ja, Sniper Munition ist getroppt. Graue Shotgun liegt hier. Jungs, 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 hier Gegner, hier Gegner. Wo ich mal get up. Oh, fuck. Ja. Zwei Hits hat er drin. Was? Habe ein. Das crackt an dir. Oh, das ist ein Hit, ne? Alter, das ist ein Hit, ne? Oder wie war das? Ist doch los. Okay, ist eine down. Hier ist eine on me. Ich denke, deine neue Frisur. Noch ein Team, neues Team, neues Team. Alle mal hierhin. Team on me. On me. Digga, der Sidejump alles. Warte. Ich baue den einfach ab. Hinter mir snipet auf mich noch ein Team. Einmal bitte sperren und er kann zugucken. Ich brauche unbedingt Metz. Ich bin tollwütiger Jobbing. Das crackt an dir. Absteigt die Platy. Achso, hinter mir. Keine Metz. Sid, ne. Wer ist Wonshund? Er ist hier, er ist hier. Er ist droppt, er droppt. Hä? Schau mal, jetzt auf wen schießt du. Ich habe keine Metz. Ist wieder ein Gage auf mir. Ich habe keine Metz mehr. Cool. Da hinten ist einer. Einfach alle Metz vorbei. Nee, das ist so krank. Alles gemarkt. Noch ein Auto, noch ein Auto. Ich habe keine Metz. Jetzt kann ich noch ein Auto bekommen. Ich habe keine Metz. Zwei Autos, zwei Autos, zwei Autos. Geht nicht, geht nicht. Ich haue ab. Ich habe keine Metz. Nein, das ist One Shot. Oh mein Gott. Er ist completely One. Sid. Oh, 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 oh. Es sind aber vier Leute. Nicht cool, ich habe keine Metz. Nein. Sid, der unter dir. Sid, der unter dir. Sid, der unter dir, Madz. Sprayt, weil er weiß. Schade. Schade. Schade, Jungs. Ja, können wir. Aber lass doch einfach dann 2v2s mal oder so jetzt. Bin so gespannt. Bisher sind erst 15 Leute raus. Alle Rocky Reels. Ja, ich bin gespannt. Alle episches Pickhacken-Duell. Jetzt gibt es mal ein episches Spitzhacken-Duell. So. Geht? Ja, geht. Bei Shift, die war eben mehr los. Ja, ich glaube, die trauen sich auch nicht. Die haben ein bisschen ein... Ja, trauen sich nicht. Drei, vier Teams. Das sind drei, vier Teams. Ja, siehst du, wir können das schaffen, Digga. Es ist nicht so schlimm. Wir können das schaffen. Das sind jetzt die Teams, die hier landen. Und noch mehr konnten dann von außen. Mit Autos die ganze Zeit angefangen. Mit Spider-Man. Sind die Inseln mit drin und so. Scheiß. Dann verstecke ich mich im Busch, weil ich auf Amar warte. Und er weiß, dass ich da komme. Und so. Mist. Mann, Max. Du Geist, weil du bereit bist. Ich weiß nicht, wie der da ist. Er revived hier alle. Let's get up, man. Alter, nice. Oh. What? Ich glaube, ich gehe von der Theorie aus, dass die Teams halt bei jetzt ein bisschen zu sehr Angst haben, dass sie gebannt werden. Hm. Er wollte mich spitzern. Aber du hast ihn. Braucht ihr Wäsche? Braucht ihr Hilfe? Hab ich alles. Ich hab alles in den Knopf. Ich hab ja nichts gebrochen. Es geht. Es geht. Es geht. Es ist nicht unspielbar. Finde ich auch, Chad. Es geht schon. Ich komm wieder raus wieder. Ich hab's zu viele Jahre gemacht. Ich hab ne Psychose, Digga. Ich hab ne Psychose. Du denkst dir jetzt so, ja okay, geht eigentlich. Aber wenn du da zweieinhalb Jahre, tagtäglich acht Stunden das Problem hast, dein Kopf geht kaputt. freundliches Teamsteam ist auch... Hier in nem Rüden, 50er. Wir können gleich zusammen rebooten, Jungs. Zu dritt an dem Reboot-Van, das dauert fünf Sekunden. Ich geh schon mal ran. Komm, komm, komm. Ehrlich. Trimings, ich habe als du down warst, dein Arsch gelegt. Schreibt, dass ich mich gekillt habe. Was ist mit deinen Zuschauern los? Hat einer Sniper-Money? Warte, Snipe kommt auch noch. Oh, warte. Hier ist Sniper-Money drauf. Eine hier? Ne. Oder? Was ist das? Ne. Hier ist irgendwo ein Gegner. Ein Auto? Seid ihr das? Guck, wir haben es überlebt. Hinter Snipe. Der Beste. Kommt rein, Jungs. Wir haben es überlebt, Chad. Kein Problem. Oh, noch ein Gegner bei mir. Willkommen, Sid. Nein, nein, nein. Aua. Cracked. Er hat keine Lust. Danke. Ich habe euch gerettet. Gute Kordas von mir. Du hast einen Huhn, Max. Habs. Nice. Ich kutsch auf der Aus. Ich habe keine Waffen. Hier liegen Waffen, Max. Ne, ich brauche Shotgun und Metz und... Metz brauchen wir alle. Okay. Ich habe Flasht-Flash-Flash. Oh, Reboot, 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 Reboot. Rein da, rein da, rein da, dahin, dahin. Sniper. Irgendwie wusste er das schon. Er wusste, dass wir kommen. Wir besuchen Autos. Der Beste. Hä? Nein, er kann zugucken. Kann zugucken. Was will er machen gegen uns? Na, hat er geschaut kann? Ja, habe ich markiert. Sauber. Oh, wie soll er noch Spider-Man-Muni? Schön. Hat einer, äh, Pump-Muni? Ne, nicht Pump-Muni. Machin-Pistol. 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 Was brauchst du? Äh... Machin-Pistol-Munition. Warte mal. Spider-Man on me. Cracked. Was macht der denn? Mehrere Spider-Mans. Das sind ganz viele Spider-Mans. Ja, der ist der Beste. Ich wurde... Hä? Von wo? Ich habe keine Match, ich kann nichts machen. Hier ist einer. Pass auf, Max. Mit einem Hit. Der ist dead da drinne. Wer? Hier unten ist einer. Da oben einer zwei Hits. Keine Muni mehr. Fuck. Keine Match, ich bin tot. Keine Match, keine Muni. Nicht reinhauen. Oh, lol. Lol, Junge, der backt hier rum bei mir. Ja, ja, bei mir auch. Der hat mich so komisch geholt. Ich glaube, den Hacker. Was tun? Ich habe keine Waffe. Ich habe sechs Schuss im Sturmgewirr. Das war es. Okay, ich komme zum Schluss. So ein Sniper. Trimax, hol mir meine Marke und wer liebt mich wieder. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Warte, wo bist du, Max? Ich komme jetzt. Das ist der Plan. Ich habe eine Schottkampfer zuerst. Ich habe deine Marke. Der Gegner ist Südosten, Südosten, Südosten. Der hat Minus 40. Cracked White, Off, White, E-Deads. Er ist down. Er ist down. Finish him, finish him. Nimm den Spielpost. Die Hand, schon nehmen wir die, ne? Marke von Trimax, äh, von Sydney holen und uns ran an den Bus stellen. Da war aber noch ein Spider-Man-Spieler. Ich bin 14. Meinung zu Golf, geile Sportart, ey. Arma, du hast meinen Freund gekillt. Ja, ich schreibe mal in den Chat, wie er heißt. In Game. Zwei Jump-Heads liegen für Arma. Willst du die goldenen, äh, Spider-Man-Handschuhe nicht? Ich habe sie, ich habe sie schon. Was ist das? Die Zone kommt, Zone kommt. Ich kann gleich für uns padden. Oh, weit. Hier sind die Spider-Man-Handschuhe. Will die eine haben? Ich habe zwei Sniper. Hier ist ein super tolles Sturmgewehr in blau. Hier sind super tolle Sachen. Steps, steps, steps. Oh nein. Wölfe. Wir brauchen das Jump-Head. Ich habe den letzten von den Knechten. Sauerbar, wir brauchen das Jump-Head. Deine Jump-Head? Ja, mach, ich habe ein Bett, ich habe ein Bett. Jungs, ich bildet euch. Oder ich baue hoch, ich baue hoch, ja. Bett ist geplaced. Gut, 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 gut. Wir sind drin. Wir sind wieder da, Jungs. Wir sind da. Wir sind da. Und jetzt können wir den Win holen. Das ist der Win. Das ist der Win. Man muss ab und zu einfach nur belieben. Ja. Sniper. Plopper. Wo? Was ist er? Vor was? An mich. Vor dem Plopper. Ah, go. Warte, hier. Oh, warte. Ne. Das war nichts. Hat einer Blue Life? Ah, hier sind leckere Pilze. Hier, gönn wir mal, Eli. Leckere Pilze. Hm. It's a me. Meiner. Lecker. Lecker, lecker. Mach das einfach, Max. Gönn dir den Biggie, Max. Oh, ja. Sind ich besser bei dir aufgehoben? Stopp. Mach es. Du kannst es nicht stoppen. Oh, was? Du hast gestoppt? Wie ging das denn? Das ist meine SMG, Max? Die will ich nicht. Die ist mein avatar gefetzt. Leckere Pilze. Wir haben mehrere Reports davon, dass Leute Squads gesucht haben. Zeitgleich mit uns. Und war nicht die Lobby, wo wir drin waren. Das sind 35 Leute rausgegangen. Bevor der Bus durchgeflogen waren, waren es nur noch 65 Leute drin. Hä, weh? Warum? Ja, weil die nicht in der selben Lobby mit uns waren. Einer schreibt, darf ich Streamsnipern oder magst du das nicht? Ich banne ihn einfach auf die Aussage. Gebannt. Schäfer, du willst Squad anmelden und anstatt 100 Leute, der Bus fliegt durch, sind nur noch 65. Die Lobby startet auch, glaube ich, erst nur bei 80. Ich gehe alleine, glaube ich, gleich in den Fall. Eli, 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 du bist komplett alleine. Ich seh das. Ich bin komplett alleine. Wir sind alle irgendwie so komisch. Nee, ich laufe hier, äh, blau hinterher. Oh ja. Ich bin in der Zone. Wir sind Gegner. Hier, Eli, nimm mal das mit. Die Spashes. Schüsse, Schüsse da hinten. Dahinter, hinter den Berg. Schüsse bei Sid. Sid schießt. Da bist du mich wieder. Oh, die Spashes mitgenommen, ja, Eli. Ich will Callouts hören. Hast du Eyeharmonie, Max? 2, 2, Spider-Man, 2, Spider-Man on me. Ich komme. Ich habe Muni, ich habe Muni, ich habe Muni. 2, Spider-Man on me. 3, Spider-Man. Pusht mich jetzt. Was, 3 Stück? Komm her. Sid. Sid. In mir drin. Oh. In mir drin. Hast du ein paar Muni? Ja, auch. Job. Ich habe Muni, ich habe Muni, ich habe Muni, ich habe Muni, ich bin dead. Ich bin dead, ja. Was? Wird übel gelasert. Irgendwie, ich brauche Heal, unbedingt. Ich habe keinen Heal, ich habe 5 AP. Warte, hier. Jomex. Eli. Sauber. Ja? Insane. Hilfe, hilf, hilf. Geh, hilfen. Ich brauche hier. Ja, ja, ja. Wo ist Heal, wo ist Heal? Hier. Mach, sag, ich habe auch Dings. Warte, 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 warte noch, warte noch. Super Silt, Camp Fighter-Silt. Super Silt, super. Ich bin der Sanitäter, ich bin Max. Ich bin der Sanitäter, ich bin der Sanitäter, ich bin der Sanitäter. Super Silt, halt nur durch. Hold sie, hold sie. Also bis neben uns, bis dringend, wir fighten die da. Ah, das sind 2 Teams, super. Ja, hier geht's ab. Klasse. Ich bin der Sanitäter. Ich habe einfach nur 2 Sniper, das ist wie ein verrückter Montagespieler. Alle 1-Shot, alle 1-Shot. Ab 2, ja. Ah, gut. Hier ist noch einer, der hangelt, hier ist noch ein Hangler. Ich bin verhangelt, der Hangler, warte ganz kurz. Steps, 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 unter mir. In Sanitäter. Krieg ein No-Score. Wow, ich krieg Ballerung. Noch ein Team, noch ein Team, die sind nur rotiert. Die sind überall Steps, hier, hier. Ich habe hier Mini-Shot-Getränke. Ich habe einen. Nice, Max. Das ist der beste Timex. Wir müssen zusammenbleiben, wie in einer kleinen Entenfamilie. Ich muss mich einmal kurz Küsschen die Ohr geben. Ich habe Mini-Shot-Getränke hier geschnitten. Hier waren aber noch mehr Steps. Ja, ja, hinter dir. Hinter dir, komm jetzt. Komm jetzt. Ich kann ja hinter dir Steps sein. Null Metz. Nee, wir müssen gleich nicht bauen. Wegen Baum, wegen dem Baum. Kann ich bauen? Wegen Baum? Wegen des Baum. So viele Gegner. Der muss hier noch sein, der muss hier noch sein. Vielleicht in irgendeiner Kone. Ist noch ein Dolo? Okay. Gut, der Treffer von ihm. GGs. Der muss noch hier sein. Äh, okay. Ey, lass peten. Ey, der Steps hier, der Steps hier. Oh. Hartmark. Max, du bist, glaube ich, an ihm vorbeigelaufen. Ich kann nicht riechen. Richtig nicht. Der ist auf dem Baum, der kommt jetzt runter. Jungs, pet, pet, pet on me. Hier, hartmarkiert. Er ist weit. Max, das Pet ist passiert. Hier, du gehst. Alle vorne, Feinde, direkt vor mir. Feinde. Der von Max ist komplett abgehauen. Der Typ ist tot, fuck. Er ist tot, er ist gestorben, er ist verblutet, geil. Ist er dead, Max? Er ist dead, er ist dead. Warte, kann ich dich zu mir ranziehen? Nein, geht nicht. Ich glaube, noch nie das Ding benutzen. Geht das irgendwie? Ist das gut? Oh ja, ich bin gut. Geschafft, ne? Ich lebe. Vor allem Spider-Man gemacht. Da oben, Gegner. Kriegt einen zum Mitnehmen. Digga. Ich hab so Stress. Ich gucke auf welch. Was waren die da? Nein, 99. Nice. Nein, 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 nein. Dead. Okay. Ich spray die einfach nur. Der eine ist lost, der eine ist lost. Einer ist komplett auf Hyde mit mir am Cranken. Einer hat da ein Ingenieurswesen, aber weiß ich nicht, was ihr da für eine Ausbildung abgeschlossen habt. Was ist denn hier los? Verrückte Ingenieurswesen sind da. Okay. Ab, dass sie. Jetzt steht es am Fallschrank schon oder was? Hast du irgendwie was zum Heim für mich? Digga, was? Eine... Jungs, mystische, mystische Sniper. Was? Er ist one. Die blaue, ne? Ja, ich nehm die mal mit. Ich stopp sie dir runter, Max. Oh, echt? Ich weiß nicht, wie so was geht. Nein. Digga, er ist one shot. Er ist one shot. Er ist one shot. Hey, ich dachte, es leben noch 15 Leute oder so. Ich auch. Ihr sagt, er ist one shot. Ihr sollt keiner gesehen, wie viel leben. Ich weiß uns gar nicht, wie viele noch. Wie viele Kids haben wir gemacht? Ich hab... Mehr als einen? 14, 15, 19, 21, 24. 24 Kids. Wir können es doch, Jungs. Wir können es doch. Wirklich. Das ist es doch. Schaden an Gebäuden 5300. Wir können das wieder so mal callen. Schaden an Gebäuden 4500. Let's go. Wirklich? Das ist es doch. Das ist es, wovon ich rede. Wir können das schaffen. Der dritte Epische heute. Na, stimmt. Wir gehen erst offline, wenn wir fünf Epische haben. Nein, nein, auf keinen Fall. Trimax, ich bin da. Ich bin fertig, ich bin fertig. Nene, 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 nene. Augen aus dem Loch, aber du kannst jetzt... Psychose, Psychose. Ich kriegst das gleich wie ein Anfall oder sowas. Nein, wir können das schaffen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht das vor mir. Ich laufe rum, habe irgendwie kein Shield. Such mir gerade ein Shield-Fahrmaterial. Da sind vier Spider-Mans auf mir und drei Autos kommen angefahren. Pack ich nicht. Ich reiche dir die Hand. Du musst nur zuschlagen. Du musst nur hinhalten. Ich reiche dir, um dich herauszuziehen. Ihr macht noch schön Trio, Arena. Hier, Amado, du kriegst den Host. Das war insane. Wir müssen das auf jeden Fall wiederholen, okay? Also, hier. Wie?